hallo ihr lieben ich habe heute mal was neues ausprobiert beziehungsweise ist jetzt auch schon ein paar tage her ich habe mir uv harz geholt und wollte mal ausprobieren fell einzugießen ich muss gleich vorwegnehmen mit dem ergebnis bin ich jetzt nicht hundertprozentig zufrieden da muss man wirklich viel viel noch mal mit üben und zu schauen wie funktioniert jetzt am schönsten wie funktioniert jetzt am besten wie bekomme ich das fell am schönsten hingelegt mit dem uv harz muss sich selber auch ein bisschen schauen das waren jetzt ist jetzt fell von zwei katzen mit unterschiedlicher fell struktur das eine ist ein bisschen borstiger wenn ich das so sagen kann und das andere ein bisschen flauschiger und aber ich fand es jetzt erst mal recht spannend ich werde es jetzt auch bestimmt noch mal öfter ausprobieren ich habe ja auch selbst zwei meerschweinchen wenn die mich irgendwann mal lassen dann werde ich da bestimmt auch ein bisschen fell von den beiden mopsen und dann dementsprechend das ganze auch noch mal versuchen einzugießen dort ist beim uv harz ist eigentlich das schönere sage ich jetzt mal dass man wie sage ich es am besten dass es schneller aushärtet ich habe bisher jetzt nur diese kleinen sachen gemacht was natürlich für schmuck zum beispiel nicht schlecht ist inwiefern das wirklich für größere sachen gedacht das weiß ich nicht habe ich bisher nicht ausprobiert war für mich jetzt aber auch zweitrangig weil ich es ja wirklich erstmal mit den kleinen sachen ausprobieren wollte meine uv lampe für das harz ist halt auch ein bisschen kleiner werdet dann auch gleich sehen wenn ich es mache aber dementsprechend einfach vom handling her grundsätzlich würde ich sagen top finde ich viel 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 einfacher man macht das in seine form rein ich habe es jetzt ohne farbe gemacht ich habe es jetzt wirklich nicht mit irgendwie schnickschnack oder irgendwas noch mit anrühren weil es eben schon so in der flasche hatte wollte es halt wirklich nicht weiter jetzt irgendwie anders machen und ja das feld war so ein bisschen widerständig sagt man so also hat ordentlich widerstand geleistet so klingt vielleicht besser und deswegen ist das natürlich jetzt nicht ganz so leicht gewesen ihr seht schon ich kämpfe hier gerade so ein bisschen mit dem ganzen ich glaube dass es tatsache sinn macht das ganze mit mehreren schichten zu machen das heißt das ganze aushärten dann noch mal eine nächste schicht zu machen um zu gucken dass dieses feld dann eben halt wunderschön auch liegt ja ist jetzt ich habe auch zum schluss jetzt gerade gesehen als ich jetzt gerade alle meine filme teile von dem video reingepackt habe mir fehlt so ein endgültiges ergebnis das tut mir total leid aber ich glaube vielleicht habt ihr so eine ungefähre ahnung und gerade weil ich euch ja noch so ein bisschen was dazu erzähle dass das halt nicht ganz so einfach war und genau in dem ein set was ich mir geholt hatte da waren auch so kleine accessoires mit bei also so kleine blümchen und messing teile das habe ich dann so ein bisschen versucht damit reinzupacken und dementsprechend war das dann einfach ein wunderschöner test den ich mir halt auch gegönnt habe also ich kann es jetzt nicht schlecht reden aber wie gesagt da auch dafür dass wie bei so vielen anderen basteltechniken man muss es üben und dafür zeige ich euch das zum beispiel auch damit ihr ungefähr wisst auf das muss ich vielleicht achten und das wird auch noch mal ein video kommen wo ich dann eben dementsprechend noch mal das ganze mache aber eben halten hoffentlich dann auch noch viel viel schöner ja dann hatte ich noch eine variante während das eine jahr jetzt ausgehärtet ist das heißt da unten ist meine kleine uv lampe da gibt es so ein klebeband wo ich dann so eine linette raufgepackt habe hatte ich bisher auch noch nicht ausprobiert ich habe das auch schon für ein zwei tage schon zu hause und habe mich aber bisher immer noch nicht herangetraut gehabt und dafür finde ich hat sich das auch ganz gut gemacht also man muss bedenken dass das dann halt auch nicht ganz so hoch gegossen wird also bisher habe ich ja immer mit was ich nicht untersitzern eine kugel oder irgendwas oder andere figuren gearbeitet und das ist jetzt natürlich dann noch mal was anderes wenn man dann wirklich so schmal irgendwie was machen muss oder machen möchte ich glaube das letzte was ich schmaler hatte war so ein lesezeichen bin nicht komplett mit dem lesezeichen klar gekommen die sahen zwar schön aus aber ja waren dann irgendwie doch recht schmal weil ich nicht so viel spielraum hatte um bestimmte kreative sachen zu machen und dementsprechend sollte man daran zumindest auch denken ja wer sich jetzt fragt mensch was macht dieser kana hier einfach immer und ja ich lade immer sonntags hoch und habe einmal um zwölf wo ich die bastelvideos hochlade habe ich schon ganz unterschiedlich gemacht mal jetzt zum schluss habe ich die so eine struktur pasten gemacht da habe ich jetzt auch schon ein zwei sachen noch in planung weil ich die echt schön fand acrylic pouring epoxy tarts ist halt für mich selber auch eine relativ hohe leidenschaft und ja dann habe ich eben auch schon makramee so ein bisschen mit knoten was gemacht und raisin habe ich gemacht mit wie heißt das andere von etta art habe ich auch schon das ausprobiert ich werde bestimmt auch das aquacast mal ausprobieren und dementsprechend ja ja hier seht ihr das eine ergebnis irgendwie war es noch nicht hundertprozentig fest ich habe noch kein richtiges zeitgefühl dafür empfunden gehabt aufgrund dessen weil da stand zwar in der anleitung dieser anleitung war allerdings auf englisch und wer mich so ein bisschen kennt englisch und ich wir haben es nicht so miteinander und dementsprechend gehe ich schon davon aus das waren die fünf minuten aber ich habe es auch noch mal drunter getan aufgrund dessen weil das wirklich noch nicht komplett fest war ja ich mache sonntags also nicht nur die bastelvideos sondern ich habe auch eine zweite leidenschaft ich gehe unheimlich gerne abends weg und gehe zu live bands wo ich halt also gar nicht mal so die großen irgendwie wo man zu großen konzerten geht sondern wirklich die kleinen in kleinen locations hier in berlin ist es halt oft die junction bar die hafen war in tegel das rickenbackers leider das rickenbackers wird sich ende januar verabschieden was natürlich unheimlich schade ist aufgrund dessen weil das natürlich auch eine location ist die zu berlin gehört die haben was hatte ich jetzt gelesen seit 15 jahren war zumindest der betreiber da drin also man kann man kennt das rickenbackers einfach man ist dort einfach durch die live musik und so da ist einfach an sieben tagen in der woche live musik und ja es ist natürlich schade und dass da die kultur so weg geht und ja und da lade ich eben weil ich dort halt auch die bands ich filme die bands je nachdem wie es mir halt auch gefällt und lade dann sonntags immer ein video hoch je nachdem entweder war ich gerade auf dem freitag samstag weg und lade dann das auf den sonntag hoch das komplette konzert oder ich habe dann eben nur ein lied was ich hochlade und das lade ich in der regel um 16 uhr hoch also dementsprechend ist es so meine leidenschaft wer mich so ein bisschen von einem anderen content her kennt ist wahrscheinlich über die short videos gekommen wo ich viel eben auch die musik hochlade aber eben halt auch meine zwei lieblinge nämlich die meerschweinchen ernie und berth und dort findet man dann eben auch immer so ein bisschen die beiden schweinchen wieder und die gehören einfach zu meinem leben dazu und genau ich versuche da bei den short videos eher so ein bisschen zu schauen was läuft mir irgendwie am tag oder in der woche über über die linse rüber und dann lasse ich euch daran teilhaben also dementsprechend lauft nicht weg wenn doch mal was anderes hochgeladen wird an dem content an sich so extrem wird sich meistens nicht viel ändern schreibt mir ansonsten gerne kommentaren daumen nach oben ich freue mich über einen abonnenten ich freue mich gerade so dass wir die 400 abonnenten geknackt haben also dementsprechend vielen vielen dank an jeden einzelnen der jetzt dazu gekommen ist egal über welchen content und dementsprechend ich habe jetzt übrigens aktuell angefangen meine adventskalender hochzuladen ich bin eben auch bei tiktok und bei instagram ein bisschen aktiv aber nicht viel ich muss dazu sagen da bin ich so ein bisschen ich bin noch nicht also bei instagram sowieso nicht da schaue ich eher viel und genau so hier seht ihr gerade ich habe ja so ein werkzeug womit man ganz gut auch das epoxid hat so ein bisschen feilen kann und oder schleifen und dadurch da das uv hat es ist nicht so schön ebenmäßig bei mir jetzt geworden wie das andere was ich sonst nutze da also das direkte epoxid hat und und dementsprechend ist das natürlich alles so ein bisschen schief und krumm ich habe dann das ganze noch mal so ein bisschen abgefeilt damit das ganze ein bisschen gerade ist ich habe letztendlich später gemerkt ich habe jetzt auch gemerkt ich habe es leider nicht gefilmt muss ich dazu sagen das tut mir leid asche auf mein haupt mir ist irgendwie bei dem video so ein bisschen was schief gelaufen ich hoffe beim nächsten mal wird es besser aber ich habe tatsache dann festgestellt ich muss noch mal mit normalen epoxid hat eine kleine schicht drauf machen weil es wirklich nicht so schön geworden war wie es mir vorgestellt habe ich mag es trotzdem die beschenkte hat sich auch gefreut aber wie gesagt wenn man selber nicht ganz so zufrieden ist kennt bestimmt der ein oder andere auch dann möchte man das gerne noch mal machen ich muss sagen dass ich dieses kleine gerät sehr lieben gelernt habe weil man damit wirklich ganz kleinigkeiten auch einfach schön ausbessern kann ich bin noch nicht komplett warm geworden mit dem kleinen gerät aber für mich halt schon eine ganz große erleichterung ich weiß nicht ob ich es noch finde ich kann es euch auch gerne verlinken der akku hält unheimlich lange also ich habe es glaube ich bekommen da war der akku glaube ich schon noch voll oder mindestens halbvoll und dementsprechend habe ich unheimlich lange damit schon arbeiten können ich das da war so ein usb kabel mit bei womit man es dann voll laden kann und genau und hier und hier mache ich das ganze mit so ein mit so einer art alkohol noch mit sauber damit es noch mal ordentlich poliert wird weil durch dieses schleifen ist natürlich unheimlich viel staub auch in der nähe was dann eben zum beispiel eben auch mein pullover ein bisschen schmutzig gemacht hat und genau also falls ihr da so ein gerät braucht für ein hobby bedarf das ist wie mit meinem kleinen gerät was ich für die glas gravur habe das und drehmel der ist unheimlich toll ich mag ihn er ist sehr angenehm vom handling und dass die glas gravur noch nicht hundertprozentig funktioniert hat lag nicht an gerät das lag an mir und aber auch da wie gesagt das sind ja so die vorteile ich kann euch manchmal ein paar tipps geben wenn ihr dann die videos seht auf was müsst ihr achten und dementsprechend hoffe ich dass ihr da vielleicht entweder ein paar sachen dazu lernt schreibt mir auch gerne falls ihr festgestellt habt mensch da habe ich vielleicht was falsch gemacht schreibt mir das gerne ich finde es so so wichtig wenn man jetzt hier so als community als gemeinschaft dann sich vielleicht da auch helfen kann ich probiere die sachen ja meistens immer so in dem blauen dunst hinaus aus bei mir muss nichts oh gott meine worte bei mir muss nichts perfekt sein ich bin eher so der typ mensch ich schaue ich probiere aus und hoffe dass ich irgendwann den dreh raus bekomme und das ganze dann auch gut hinbekomme ich habe hier übrigens das ganze mit so eine art schlüsselanhänger verbunden weil ich wollte jetzt keine kette draus machen wenn ich jetzt selber nicht so hundertprozentig zufrieden war fand ich jetzt den schlüsselanhänger eine schönere variante ich habe schon viele schlüsselanhänger gemacht je nachdem entweder mit dem buchstaben drin oder mit anderen sachen ist auch eine unheimlich schöne weihnachtsidee also falls ihr da irgendwie da eine idee sucht oder so schaut einfach mal ob ihr vielleicht einen schlüsselanhänger draus macht und wie gesagt ich habe schon etliche draus gemacht also auch für unterschiedliche freunde die dann ihren anfangsbuchstaben am schlüssel tragen konnten in ihrer wunschfarbe ich habe festgestellt übrigens leider ist es immer pink und wer mich wirklich kennt pink ist nicht meins und aber gut ja ich friemel hier immer ziemlich dolle ich kann es nicht mal genau sagen warum das manchmal so schwierig ist es kann einfach daran liegen dass ich einfach meine hände irgendwie so grobmotorisch veranlagt sind aber irgendwann funktioniert es immer und wenn es länger braucht dann ist das auch so und ich habe unterschiedliche zangen ich werde mir bestimmt irgendwann mal so eine es gibt ja so eine schmuckwerkzeuge ich glaube damit geht es vielleicht sogar noch besser ich werde mal gucken ob ich da irgendwie was hübsches finde und genau ja hier seht ihr ich habe da auch noch so ein hübschen blümchen reingemacht ich glaube wäre es ein bisschen ebenmäßiger geworden hätte ich wäre es wahrscheinlich noch schöner geworden aber was soll's ja dann hatte ich noch so ein bisschen fell übrig und habe es dann gleich noch mal probiert mit dem fell auch hier ich habe gefühlt hundert kleine schichten drauf gemacht weil es nie so schön geworden ist und ich fand die form übrigens ist echt schön sie ist halt so ein bisschen größer tiefer hier habe ich übrigens nicht mit dem uv harz nehme ich gleich vorweg sondern mit ganz normalem epoxidharz gearbeitet ich habe das fell von den zwei katzen jeweils getrennt und einmal nach links und einmal nach rechts hoch gelegt und aber dadurch dass es so flauschig war ich glaube ich muss das auch mehr zwirbeln wie gesagt auch da gerne ich gucke ja immer viel auf tik tok was denn da so für möglichkeiten geben ja genau hier gieße ich jetzt drüber und genau also dementsprechend hoffe ich dass euch das trotzdem irgendwie gefällt was ich hier mache und wünsche euch da jetzt schon wir sind fast am ende nehme ich deswegen verabschiede ich mich auch schon ich lasse euch bei den letzten sekunden einfach mal allein und hoffe ihr seid beim nächsten mal wieder mit dabei und freue mich schon wenn ihr da seid wie gesagt gerne einen daumen nach oben oder ein abo oder wirklich ein kommentar wenn ich irgendetwas für euch testen soll oder für irgendetwas falsch gemacht habe zum beispiel gibt mir auch gerne tipps ich probiere das gerne dann aus und genau ich freue mich auf jeden fall wenn ihr nächsten sonntag wieder mit dabei seid und bis bald tschüss tschüss Untertitelung des ZDF, 2020